Wie ist die Runde der Runde? Wie ist die Runde der Runde? Wie ist die Runde der Runde? Ja, da sagen immer alle, der Oliver Hardy ist gestorben. Den gibt es noch immer, bitte. Da ist er. Schatz, Nahaufnahme. Nur der Stan Laurel ist wirklich tot. Aber ja, seht ihr eh, der lebt. Cool. Ich bin wieder kurz nachgefahren, also ich bin richtig stolz drauf. Ein bisschen aufweh. So. So dann. Das ist doch nicht der Oliver H., das ist der Napoleon. Jetzt kommt es erst. Genau, jetzt ist es original. Super. Also ich habe gleich zwei bekannte Persönlichkeiten an einem Tag. Das gefällt mir. Oder ist es doch der Qualtinger? Lass schauen, wenn wir jetzt so richten. Sollen wir hinschauen? Ja, der Qualtinger Levant. Den auch noch. Ja. 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 Ja.